Hier ist der Komplett-Feeling-Podcast mit Tommi und Manuel. So, meine Freunde, herzlich willkommen auf dem Komplett-Feeling-Podcast mit nicht weniger als wieder Tommi an meiner Seite. Tommi, Servus. Servus, grüß dich, Manu. Ja, grüß dich. Ich freue mich, dass wir es mal wieder hierhin geschafft haben und wollte dich mal fragen, wie schaut es bei dir aus, wie ist die Lage, wie geht es, wie steht es? Ach, die Lage ist relativ entspannt. Ich habe mir jetzt seit Monaten mal wieder was gegönnt. Ich habe mir mal wieder zwei nice Shirts bestellt und Frühling kommt ja bald, deswegen macht das auch Sinn, einfach mal wieder ein paar nice Shirts zu tragen. Genau, genau. Und ja, wir hier auf Rügen haben gerade aktuell wieder richtig windiges Wetter. Ich fühle mich manchmal so, als wenn wir so einen Wetter-Podcast machen, weil ich das irgendwie immer mit einbaue, fällt mir gerade ein. Aber das ist ja sympathisch, man kann sich unterhalten. Genau, und ey, ganz ehrlich, man muss ja auch mal wissen, was so bei dem anderen abgeht. Wer es noch nicht weiß, Tommi kommt aus Rügen und ich komme aus den, oder von Rügen, aus Rügen, wie auch immer. Richtig schön bestimmt da, ich war da noch nie. Und ich komme aus dem schönen Kitzingen hier bei Würzburg, aber mehr habe ich halt nicht, ne? Du hast auf jeden Fall mehr und was will man mehr als mehr, ne? Ey, wir haben hier fantastisch schöne Orte und wirklich Sommer ist hier immer in Besuch wert als Urlauber und, ne? Irgendwann lade ich mich auf jeden Fall mal ein bei dir. Ey, gerne. Du bist herzlich eingeladen, so kannst deine Frau hier mitnehmen und alle einpacken. Genau, genau, das machen wir. Ja, Digi, wie ist bei dir die Lage so? Was macht bei dir so das Wetter, bevor wir gleich einsteigen? Ah, das Wetter, ja, es ist noch, es ist schon noch ordentlich kalt, also so langsam darf gerne mal der Frühling kommen, habe ich nichts dagegen. Aber es schneit, es hat heute tatsächlich ein bisschen geschneit. Aber hey, am Wochenende, beziehungsweise das Wochenende war es noch recht kalt, aber es wird auch bestimmt wieder schöner, also da bin ich mir ganz sicher. Ja, früher oder später kommt die Sonne. Das ist so. Bei uns war heute Morgen auch Schnee, aber ich glaube, an der Laterne hängst du nicht fest, ne? Wegen den Wind. Ne, ne, morgen ist es wie der Schnee von gestern. Ja, gutes Wortspiel, gutes Wortspiel. Genau, genau. Was haben wir heute für ein Thema? Wir haben heute das Thema, oder beziehungsweise ich habe heute so ein bisschen das Thema mit dir ausgesucht, das Thema Glück gehabt, so ein bisschen, ne, gerade so ein Schutzengel irgendwie an der Seite gehabt, so, wo man einen Moment hatte, wo man sich so dachte, ui, scheiße, hätte jetzt auch anders ausgehen können, hätte jetzt auch böse enden können. Ja. Ich weiß nicht, ob du da auch die ein oder andere Erfahrung gemacht hast, wenn ja, schieß gerne mal los. Ja, mehr als mir lieb ist tatsächlich so, ne? Wir haben das Thema, ja, diesmal auf jeden Fall ein bisschen mehr vorbereitet, also es hat jetzt keine Wochen gebraucht dafür, ne? Aber ich habe mir tatsächlich heute mal ein bisschen intensiver darüber Gedanken gemacht und da fiel mir ein so, ja, die erste Erfahrung, wo es wirklich böse hätte ausgehen können, war bei mir, boah, lass mich mal überlegen, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war so 14 oder 15 und ich bin da das erste Mal mit zwei Kumpels aufs offene Meer raus, wo wir gerade beim Thema Meer waren und hier auf Rügen ist ja halt nochmal eine Menge mehr und mit einem Segelboot sind wir raus. Und es war an dem Tag, auch wie heute, ziemlich windig und ich weiß gar nicht mehr, welche Windstärke, aber man hätte eigentlich nicht rausfahren dürfen wegen der Gefahr. Okay, verstehe, ja. Und ja, wir haben es halt trotzdem gemacht, irgendwie jugendlicher Leichtsinn. Der Dude, mit dem ich rausgefahren bin, der hat das Segelboot, glaube ich, von seinem Vater ausgeborgt bekommen und ja, der andere war halt auch mit ihm befreundlich. Und ich halt genauso. Und ja, haben uns erst mal nichts gedacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Ort das war, aber wenn ich das jetzt hier reinhaue, werden viele Zuhörer wahrscheinlich auch gar nicht wissen, welchen Ort ich meine, weil die vielleicht... Erst mal Google Maps benutzen. Ja, genau. So wie ich. Jedenfalls erst war es relativ entspannt, aber es wurde auf jeden Fall immer, immer windiger und ja, wie hätte es kommen, ja, wie hätte es anders kommen können, sag ich mal, ne. Und das Segel ist irgendwann so dermaßen umgehisst und ich hätte, ohne Scheiß jetzt, ich hätte fast den Mast in die Fresse bekommen, also ohne Scheiß. Oh krass, okay. So, und dann wäre ich auf jeden Fall ausgenockt gewesen, im schlimmsten Fall, ja, das will ich jetzt hier nicht sagen, du weißt auch, was ich hinaus will. Kann man sich denken, ja. Das war eine richtig krasse Erfahrung und zack, von einer auf der anderen Sekunde lagen wir dann plötzlich im Meer. Ja, so und ey, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber der Mensch neigt so doch zu komischen Verhaltensweisen in dieser Situation und als ich im Meer war und wie gesagt, das war ein Bruchteil, paar Sekunden. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe auf meine Uhr geguckt, wie spät es ist, ohne Scheiß. Um da mal jetzt wieder, um da mal jetzt wieder ein bisschen Witz reinzubringen, ne. Und das ist jetzt meine Funny. Wenn du sterben willst, willst du schon wissen, um wie viel Uhr, ne. Ja, sowieso, weißt du. Oh Mann, okay, okay. Und man muss aber auch dazu sagen noch, ich war 14 oder so und ich muss da jetzt mal nochmal ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob du damals Schwimmunterricht hattest in der Schule? Ja, tatsächlich, Seepferdchen. Ja. Also sowieso, ne, ja. Und bei mir war es halt so, ich hatte damals, zur damaligen Zeit immer sehr viel krass Ohrnschmerzen und so und musste deswegen den Schwimmunterricht fernbleiben. Und, ja, du weißt auch, was ich hinaus will, ne. Zu der Zeit konnte ich noch nicht schwimmen und mein anderer Kumpel auch nicht, nur der, der das Segelboot hatte. Und wir waren schon weit auf dem Meer draußen. Also es ist wirklich krass, dass wir das wieder am Ufer geschafft haben, so. Aber das Segelboot, das blieb draußen und das wurde dann mit einem anderen, also ich glaube, der, der, wie sagt man, Wasserpolizei? Dachte man das so? Wasserwacht, ja. Wasserwacht, genau. Genau, wurde das, wurde das dann irgendwann wiedergefunden. Und das war ein trister, grauer Tag, Windstärke, weiß ich nicht was, aber auf jeden Fall hat der Wind ordentlich Pfeffer gehabt. Ja, das war so meine erste Story, aber so aus heutiger Sicht finde ich es trotzdem witzig, so, wenn man da rüber nachdenkt, so, das hätte mich treffen können von einer auf der anderen Sekunde. Und ich gucke erst mal auf die Uhr, so, so, weißt du? Okay, ja, passt, ja, jetzt ist 16 Uhr, okay, okay, ja, dann kann ich ja gehen, so, weißt du? Also total dumm, so, weißt du? Ja, ja. Und dann habt ihr euch aber trotzdem mit euren Nicht-Schwimmkünsten irgendwie wieder ans Ufer gerettet. Also ich sage mal, die Wellen haben euch ja dann wahrscheinlich auch Richtung Ufer gebracht, aber... Ja, 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 das stand günstig, muss man, muss man sagen. Wie gesagt, es war nur ein Schwimmer dabei, ne? Ein Schwimmer. Okay, aber das stelle ich mir schon heftig vor. Ich habe ja auch schon am Meer Urlaub gemacht. Und da sind ja dann Flacken, grün heißt, es ist alles in Ordnung, gelb heißt Achtung, Vorsicht und rot heißt ja heftiger Wind oder starker Wind oder starker Wellengang. Und ich merke das ja schon, das ist ja schon krass, wenn du nur da am Ufer dann quasi reingehst, was die Wellen da für eine Kraft haben. Also, wow, nicht schlecht, ohne Scheiß. Und das Wasser hat so eine Kraft, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir wussten das auch, das war uns bewusst an dem Tag, dass da nicht das optimalste Wetter war. Aber ich würde es jetzt heute so rechtfertigen mit, es war einfach jugendlicher Leichtsinn, so weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat man auch in der Zeit, ist man sich gar nicht so bewusst, wahrscheinlich noch viel, viel mehr Momente, wo man, wo es knapp war oder wo man vielleicht gar nicht im Nachhinein gar nicht so bewusst war, was man da jetzt gerade gemacht hat. Wie wenn man dann doch etwas älter und reifer wird, ne? Aber ja, es ist schon, ja, schon eine krasse Story. Ja, ich finde auf jeden Fall schon so, also, dass ich heute manche Sachen durchdachte, einfach mache. So, weißt du? Sollte auch. Das ist wahrscheinlich so und das ist, das ist dann wahrscheinlich wirklich die Reife und, ja, man wird halt ein bisschen älter, vielleicht auch ein bisschen gechillter und so, weißt du? Da gehen vielleicht mehrere Sachen Hand in Hand. Ja, Tigi, was war bei dir da so die erste Geschichte, wo du dir so dachtest, boah, da bin ich aber wirklich glimpflich von weggekommen oder, ja. Also, ich denke jetzt gerade so an meine Mama, meine Mama, die wird jetzt sagen, pass auf, ich hole jetzt mal richtig aus und dann wird sie loslegen, was ich so in meiner Kindheit getrieben habe und was mir in meiner Kindheit passiert ist. Also, ich bin mal im Bügeleisen hängen geblieben, ganz knapp am Auge, bin mal gegen die, gegen eine Wand mit dem Kopf geknallt und da muss sogar der Notarzt heimkommen, weil ich da ausgerutscht bin, etc. So, so in der Kindheit, klar, passiert mal was, aber mir ist da schon das eine oder andere passiert oder einfach mit einem Skateboard so eine Straße runtergeschossen, einfach quer über die Hauptstraße so drüber. Ey, ja, das, 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 das kenne ich auch, also mit einem Skateboard, ich, ne, da hatte ich auch einige Unfälle. Ja, oder Fahrrad, keine Ahnung. Fahrrad auch. Ja, ja. Ein Salto, ein Salto gemacht, weil die, weil die, weil die Bremse einfach zu, zu streng war. Ja, oder sie gar nicht mehr funktioniert hat und man ist halt einfach durchgecrasht, das ist auch schon, aber. Ja. Hatte ich halt einfach Glück, dass kein Auto gekommen ist, sagen wir es mal, wie es ist. Also das ist so, wenn ich, wenn ich so an die ersten Geschichten denke, aber so an die erste, wo es mir danach so wirklich bewusst war, so, buh, das war jetzt gar nicht ohne, war so mit meinen Jungs, wir waren feiern, was wir früher öfter gemacht haben. Früher, das klingt jetzt, als wäre ich schon hier 100, aber ja, es ist jetzt auch schon 10 Jahre her oder, oder 8 Jahre her. Und nach dem Feiern, das war so Tradition, der, der, das McDonalds war relativ nah, man konnte hinlaufen, aber man musste über eine Brücke, um da hinzukommen. Und die Brücke, die war relativ weit weg. Also für denjenigen, der betrunken ist, war die Brücke weit weg, sagen wir es mal so. Und dann haben wir uns halt gedacht, komm, gehen wir einfach mal über so eine vierspurige B8, also über eine vierspurige Schnellstraße, wo halt auch die Autos 100 fahren. Und das war jetzt auch nicht das beste Wetter. Ja, wir sind halt los und haben natürlich schon geguckt. Also wir waren jetzt nicht so voll, dass wir gar nichts mehr wussten, aber wir haben schon was getrunken gehabt. Und auf einmal, wir waren schon fast drüben, ist halt wirklich ein Auto gekommen von der anderen Seite. Und der hat gebremst und ist ganz schön gerutscht und auch ein bisschen ins Strauchen gekommen. Wahrscheinlich auch zu schnell. Und ist halt dann aber die Ausfahrt rausgefahren. Und im Nachhinein weiß man nicht mehr, war es Absicht, dass er irgendwas gemacht hat oder nicht. Aber ich denke mal nicht, dass es Absicht war. Und es war schon sehr knapp, das Auto an uns vorbei. Also hätte auch anders ausgehen können. Und da war ich mir danach, habe ich mir auch gedacht, Alter, das war jetzt nicht so cool. Und dann kam auch die Polizei, die hat uns dann auch noch gefunden. Und ja, es ist dann alles glimpflich ausgegangen. Und wir haben halt dann gesagt, ey, wir haben gar nicht gewusst, dass das eine Brücke ist. Was dann so als, natürlich, wir waren direkt neben der Brücke gestanden. Aber ja, das war so der, hm? Ja, gab es eine Verwarnung oder so? Wie alt wart ihr zu der Zeit, als das passiert ist? Tatsächlich nicht. Es kann auch sein, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind davor schon mal über die Straße. Aber da ist halt nie was passiert. Und ich glaube, es war nicht an dem Tag, wo uns die Polizei angehalten hat. Ihr Lümmel! Ein Tag vorher, also nicht ein Tag vorher, aber eine Feierei vorher. Und da haben sie uns halt nur ermahnt, haben gesagt, ey Leute, macht das nicht, das ist gefährlich. Und dann war auch gut, aber ja, danach haben wir das nicht mehr gemacht tatsächlich. Danach sind wir schön über die Brücke gegangen. Das ist auch mein Rat hier an die Jugend. Genau, so wie es sich gehört an dieser Stelle, liebe Leute, nehmt euch kein Beispiel an Max. Ermahnung. Genau, safety first, ne, in allen Belangen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine krasse Geschichte. So mit der Kindheit kann ich auf jeden Fall mitgehen, ey. Boah, die, ne, ich habe ja eine Zwillingsschwester. Und wir haben da damals auch, ja, ne, wir waren halt Kinder so, ne, und da ist man ja auch immer sehr neugierig und man lernt die Welt natürlich noch irgendwie anders kennen. Als Erwachsener bist du dann halt schon so, vielleicht manchmal abgeklärt, ja, dit und dat kenne ich doch schon, Chantal, oder, ne, so nach dem Motto. Genau. Aber, ja, wir sind da auch oftmals abends dann nach Hause gekommen oder nachmittags, je nachdem wann die Wunden dann stattgefunden haben, wann wir, wann wir verwundet waren. Und, äh, dann warst du da mal blutig oder, äh, hattest, äh, eine dicke Stirn und musstest dir erstmal, ähm, so, so, äh, so eine Eispackung drauflegen. Wie sagt man hier, so eine Kühlung. So ein Eispack passt schon, ja. Genau. Kühlpack, wie auch immer. Kühlpack, genau, ne, dass sich das wieder beruhigt und, ja, da kann ich auf jeden Fall auch mitreden. Ich glaube, die Zuhörer da draußen, jetzt, wo die das hören, entdecken da wahrscheinlich auch wieder so die eine oder andere Geschichte, die bei denen aufblitzt und, ja, aber so ist das, so ist das halt, ne. Aber, ähm, aber das ist das Gute am Leben, ich glaube, da hat man wirklich nochmal so ein Schutzengel zusätzlich einfach, vor allem in den jüngeren Zeiten mit dabei. Ja, das auch, aber irgendwo finde ich es auch ganz cool, dass man vielleicht manchmal ein bisschen mehr ins eiskalte Wasser geworfen wurde, weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht mit Samthandschuhen angefasst werden und, ähm, die sind dann, haben dann einfach Angst vor alles, so, weißt du, also. Das stimmt. Narben erzählen ja auch Geschichten, so. Genau, so ist es, so ist es und, ähm, ja, weil du es gerade so sagst mit Samthandschuhen, das ist so ein schönes Beispiel, wenn ich mit meinem Sohn rausgehe, der macht auch Blödsinn und ich denke mir dann halt, komm, lass ihn machen und das Geile ist halt, so die Frauen, wenn du sie siehst, die meisten Frauen sagen dann so, lieber ein bisschen vorsichtig und dann, sie haben es noch nicht ausgesprochen, dann sind ihre Kinder hingeflogen. Ja, das ist auf jeden Fall funny. Deswegen manchmal einfach machen lassen, genau. Ja. Das ist manchmal besser, als wenn man was sagt. Ja, absolut, finde ich auch. Bis zu einem gewissen Punkt. Genau, bis zu einem gewissen Punkt und, aber ich denke mal als Erwachsener und, ähm, kann man das irgendwo auch einkalkulieren, wo jetzt wirklich vielleicht eine richtige Gefahr besteht, so. Genau, genau. Da, ähm, ähm, äh, agiert man dann natürlich anders so, als wenn, als wenn er jetzt mal hinfällt oder so, weißt du, das ist, 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 ist dann auch okay, denn ist, äh, wird vielleicht mal ganz kurz geweint und so, aber. Genau. Ey, da sind, da sind wir alle durchgegangen, ne, und dann ist es wieder gut, genau. Genau, das ist so. Ja, Digi, ähm, ja, wir sind heute so beim Thema, ähm, ja, Schicksalsschutzengel und sowas, Schicksalsschläge würde ich es jetzt nicht nennen. Schicksalsschläge, ja, Trauma vielleicht auch. Klingt so negativ belastet, so. Aber auf jeden Fall eine Erfahrung. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung und vielleicht auch, ähm, jetzt nicht die beste, aber ich glaube auch, aus allen Negativen kann man irgendwie immer was Positives ziehen. Der Meinung bin ich auf jeden Fall. Ähm, gibt's da, ja, was mich da auf jeden Fall auf meine nächste Frage bringt und was mich auf jeden Fall auch interessiert, ähm, ich kenne da mehr oder weniger schon, ähm, die, die, äh, Geschichte dazu, auf welches Thema ich jetzt gerade eingehen will oder welche Situation. Die du hattest, ähm, weil wir zu der Zeit auch schon musikalisch auf jeden Fall zusammen zu tun hatten und ich hatte dann, ähm, eines Tages, äh, von dir eine Nachricht bekommen und das hat mich echt, äh, wirklich geflasht und ich, mir ist erst mal die Kinnlade runtergekippt. Und, ähm, ja, vielleicht, da wir ja heute irgendwie so das Thema Harmschutz, Engel und, äh, Situation, wo man teilweise, ja, schon dachte, okay, ist die Uhr jetzt abgelaufen, so, weißt du, wie, so, wie ich, so wie ich vorhin gesagt hab, so, ähm, mit der, mit der, mit der, mit der Segelbootour, genau, ähm. Ja, ähm, ja, äh, vielleicht magst du mir mal was erzählen, so, an, äh, was an diesem besagten Tag passiert ist und, ähm, ja. Ja, 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 ja gut, das war so die, die schlimmste Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht hab, ähm, bin, ich versuch's kurz zu halten und nicht zu weit auszuholen, bin mit dem Motorrad auf die Arbeit gefahren, man denkt an nichts Böses, hab natürlich auch Schutzhelm und Motorradkleidung getragen, wirklich auch mein Glück, ähm, dass ich das gemacht hab, aber hab ich auch immer gemacht, aber Punkt aus, fertig, ich bin halt losgefahren, ähm, aus dem Kreiswerker raus, beschleunigt, so circa 40, 50 kmh und ein LKW-Fahrer hat mich halt einfach übersehen und ist dann rausgefahren. Ja, ja, und dann, dann waren schon schwarze Lichter bei mir, ich, 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 ich könnte gar nicht mehr die genaue Story sagen, wie es abgelaufen ist, ne, ich, ich weiß nur, ich bin noch aus dem Kreiswerk herausgefahren und dann sind die Erinnerungen weg, ja, und dann, ähm, bin ich halt irgendwann wieder zu mir gekommen, wo mich tatsächlich dann auch eine Ärztin, erste Hilfe versorgt hat, eine Ärztin, die gerade auf dem Weg zu ihrer Praxis war. Heftig, heftig mal. Ja, also wirklich, da muss ich schon sagen, das, ähm, kann man schon fast keinen Zufall mehr nennen. Ja, warst du, warst du bewusstlos oder warum kannst du dich nicht mehr erinnern? Oder weil es vielleicht auch, äh, so ein Traumata war vielleicht? Also, ich, ich, ich würde ganz klar sagen, ja, also ich würde ganz klar sagen, dass ich bewusstlos war, ich war nicht bei, also ich war nicht dabei, ich bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen. Ich kann dir nicht sagen, bin ich nach zehn Minuten zu mir gekommen, bin ich nach zwei Minuten wieder zu mir gekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich halt wieder zu mir gekommen und dann hat halt gleich die Frau gesagt, die Ärztin, ähm, ruhig bleiben, Helm nicht ausziehen, ähm, nicht aufstehen. Ja, ja, wäre vielleicht jemand gekommen, der davon keine Ahnung gehabt hätte. Ja, 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 und dann ging es halt ins Krankenhaus, Krankenwagen kam, Krankenhaus wurde halt von oben bis unten durchgecheckt und dann ist halt festgestellt worden, dass ich, ähm, mir einen Halswirbel angebrochen habe. Ähm, welchen, keine Ahnung, auf jeden Fall einen Halswirbel angebrochen, ich hatte, äh, an der Hand einen Bruch und ich habe mir mein Schlüsselbein hier auf der rechten Seite gebrochen. Ja, und dann, du, du bist da aber so in einem Film drin, so in dem Modus, du, du raffst es gar nicht so richtig, du bist einfach nur froh und dankbar, dass dir geholfen wird. Aber, ja, in der, in dieser Situation, ich war überhaupt nicht verzweifelt oder so, sondern ich war einfach dankbar, dass ich, dass mir geholfen wird. Und, das, das ist halt so, der Körper reagiert dann auch dementsprechend und gibt dir dann auch letztlich so ein, so ein Kick, wo du einfach, einfach so im Film bist. Ja, ja, wirklich, wirklich. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch so, ähm, bisschen wirklich dieser Schockzustand, dass man die Schmerzen vielleicht auch nicht fühlt in dem Moment, ne? Ähm, ja, ja, habe ich auch schon ganz oft gehört und, ähm, ich kenne es auch, äh, durch Erfahrung, ja. Ja, ich wäre jetzt auch auf jeden Fall mal auf dich zugekommen, weil ich glaube, du hast ja auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, aber, ja, äh, ich bin halt dann operiert worden, hab dann insgesamt jetzt drei Operationen hinter mir, weil die Platte aus der Hand wieder raus musste, die Platte aus dem Schlüsselbein wieder raus musste. Aber ich bin dankbar, dass es mir soweit wieder gut geht, dass ich keine, äh, Schollgefäden, äh, Vollgeschäden, äh, nach mir gezogen habe. Außer grammatikalisch. Schollgefäden, genau. Ähm, ne, also, ähm, ne, also, ähm, ne, also, ähm, ne, also, den Schaden, den ich jetzt habe, den habe ich auch schon vor dem Unfall gehabt, also, ähm, da ist, da hat sich nichts verändert. Aber, ja, es ist schon wirklich, da bin ich auch, muss ich einfach sagen, bin ich Gott dankbar, dass er da mir einen Schutzengel geschickt hat. Und ich hoffe, ich habe noch den einen oder anderen Schutzengel übrig. Ich hoffe, dass ich ihn vielleicht nicht brauche, aber, ja, und da habe ich auch einen Song geschrieben, ähm, wo da auch, wo auch das Thema, ähm, Motorradunfall, ähm, wo auch das, der Motorradunfall ein Part als Thema ist. Ähm, mein Abschlusssong vom Jahr 2020, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich wollte gerade sagen, ja, absolut, ähm, das wäre irgendwie vielleicht auch mal ganz cool, wenn die Leute da mal einen kleinen Einblick drin haben und, ähm. Ja, das stimmt. Ich würde den Zuhörern das gerne nicht vorenthalten wollen. Sehr gerne. Und deswegen, deswegen, mein Lieber, hören wir jetzt mal kurz in den Song. 2021 war es, glaube ich, ne? Ähm, es war auf jeden Fall ein Jahresabschlusssong. Genau, ich glaube, 2021, also 2020 kam der raus, Ende des Jahres. Genau, da hören wir jetzt rein. Yeah. 2021, ein ereignisreiches Jahr. Das war's. 2021, und jetzt bleibt nur ein, das war's. Gerade noch gefangen mit einem steilen Weg nach oben. Wo ich eines Morgens auf die Arbeit mit dem Moped. Hab's nicht geschafft, ich kam niemals an meinen Zielern. Noch schon einiges im Leben durchgemacht, aber nie das. Gerade am Beschleunigen, als ein LKW das gleiche tat. Bin auf die Bremse, doch es tat ein Schlag. Wurde alles dunkel, meine Lichter gegen Glitz hatte Kaus. Wieder mit gerecht und ich kam nicht mal im Traum. Doch Gott hat seinen besten Engel losgeschickt und holte mich aus meinem Schlaf. Ich hatte großes Glück, großes Glück. So sieht's aus und so kam ich nach nem Krankenhaus. Ja, meine Freunde, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Track, beziehungsweise dem Jahresabschluss-Track von Maximum RV. Sprich, Manu und ich find's, ist auf jeden Fall nochmal ein richtig cooles Ding geworden. Ja, Props dafür an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Ja, dankeschön. Du bist ja auch in dem Song erwähnt worden, im dritten Part, ne? Weil wir hatten ja auch mal so eine kleine Zeit oder so eine kurze Zeit, wo wir mal ein bisschen, ich würde jetzt nicht Beef sagen, aber so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten hatten. Ja. Und da bist du ja auch erwähnt worden. Aber ey, manchmal muss man auch mal Meinungsunterschiede haben, um danach noch besser zusammenzuwachsen. Ja, Mann, find ich auch absolut und ja, das tun wir, denke ich, auf jeden Fall so komplett Feeling-mäßig. Ja, Mann. Jo, Diggi, willst du, ähm, ja? Ich wollte grad fragen, hast du nicht auch noch irgendwie ne Story am Start, wo du sagst, so, ja, kann ich fühlen? Hm, fühlen kann ich das, äh, abnormal, also, ähm, ja. Also da gibt's auf jeden Fall noch ne Story, die, ähm, sehr, 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 sehr krass war. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass sie sehr krass war. Ähm, sehr, sehr, sehr krass, hab ich gehört. Ja, ja, ähm, das war, ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, ähm, das war der, ähm, ähm, 16. August 2016 und zwar war ich da morgens mit meiner Schwester unterwegs, ähm, sie war die Fahrerin, ich war, ähm, auf der Beifahrerseite und, ähm, hinter mir rechts, also quasi auf der Beifahrerseite, hatten wir noch einen Kollegen, der mitgefahren ist. Und, ähm, wir wollten links wieder auf die Hauptstraße fahren und, ähm, es war ein Morgen, es war, glaub ich, ein Samstagmorgen und da kam aus dem Nix, ähm, ein Beifahrer von links und ist voll in die, äh, Fahrerseite reingefahren, also richtig krass. Ähm, und da hab ich auch wieder so eine komische Story, so wie ich vorhin gesagt hab, so, ähm, mit der Uhr, dass ich erst mal auf die Uhr guck, ne? Ich weiß bis heute noch, ähm, wo, ähm, was in dieser Minute für ein Song lief und das war, und war von Ed Sheeran, äh, Photograph, Photograph, sagt man, glaub ich. Okay, okay. Ne, immer wenn der Song läuft, hab ich heute noch so die Assoziation dazu, ähm, zu dem Unfall. Das ist krass, Alter, so das Gedächtnis merkt sich sowas so, ne? Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, in diesem Moment war das so, ähm, Kettenkarussell, also wirklich Kettenkarussell mäßig so. Und, ähm, der Airbag, Airbag ging natürlich auf, ähm, Fahrerseite, Beifahrerseite. Und, ähm, ja, auch wie ein Bruchteil, äh, nein, Bruchteil auf, äh, auf der anderen Sekunde halt, ähm, dann auch total unter Schock gestanden. Ich hab, ähm, für meinen Fall nichts abbekommen, außer am Nachmittag so eine leichte Gehirnerschütterung, mir war schwindelig und schlecht und so weiter und so fort. Aber meine Schwester, äh, die war auf jeden Fall, ähm, komplett eingequetscht. Also, das Auto ist ja in der Fahrerseite reingefahren. Und, ähm, man muss dazu sagen, ähm, man kann auch vom Glück reden, dass dieses Auto an der, äh, an den, äh, Seiten noch Airbags hatte, weil das hat ja auch nicht jedes Auto, ne? Also, da muss man halt auch wahnsinnig von Glück sprechen. Jedenfalls folgendermaßen, sie war da halt, ähm, ja, mehr oder weniger eingequetscht. Also, es war jetzt nicht so, dass ich sie nicht mehr rausziehen hätte können, aber, ja, in, in solchen Momenten denkst du nicht großartig nach, Digga. Also, weißt du, das Auto hat so dermaßen gequalmt und ich dachte mir so, okay, äh, hier könnte jetzt vielleicht noch was Krasseres passieren. Und, äh, also die Zuhörer müssen auch dazu wissen, ne, ähm, meine Zwillingsschwester, wir haben da so ein enges Band, so, weißt du, ich meine, wenn es jetzt meine Schwester gewesen wäre oder ein Kumpel wäre es genauso gewesen, ne? Hätte ich ihnen auch geholfen, so. Ja, aber Zwilling ist halt nochmal was. Da will ich, genau, da will ich jetzt nicht so drauf hinaus, so, aber, ähm, das Ding ist halt, ähm, ja, wahrscheinlich hätte da auch was schief gehen können, so, weißt du, aber ich hab da nicht großartig nachgedacht und wollte sie einfach aus diesen Wagen rausbekommen, was ich auch, äh, geschafft hab und, ähm, ja. Sie konnte da auch noch stehen und so weiter und so fort war, aber so unter Schock und, äh, voller Blut, Digga, ich hab die Bilder noch im Kopf, ähm, stand, aber so, äh, unter Schock und, ähm, ja, dass sie das, glaube ich, auch nicht so wirklich gefühlt hat, so diesen Schmerz, so, und, ähm, ja. Und dann kam Krankenwagen oder wie ging es dann weiter? Ja, ähm, da auf der anderen Seite, also rechts, äh, von uns, äh, ist ein Autofahrer angehalten und, ähm, liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle, so, ähm, dass es solche Leute gibt, so, Zivilcourage ist wichtig, Leute. Auch an meine Erste Hilfeleisterin, liebe Grüße. Zivilcourage ist so wichtig und, ähm, das, das, ne, also das kann manchmal wirklich Leben retten und, ähm, der Krankenwagen kam relativ schnell und, ähm, an der Unfallfahrstelle, äh, Unfallortstelle wurde aber auch dann auch noch ein Protokoll aufgenommen seitens der Polizei. Meine Schwester lag quasi im Krankenwagen. Ich war mit drin, weil ich natürlich mit ins Krankenhaus kommen wollte und, äh, einfach total kopfgeficke war, so, weißt du, kannst du dir das vorstellen, so. Und, ähm, dann wollten die da halt, also die Polizisten waren da mit im Krankenwagen und wollten dann gleich wissen, wie ist das passiert und so, ey, Digga, ich bin da ausgerastet. Und ich bin ausgerastet und hab gesagt so, ey, Digga, ähm, nimm da dein Scheißprotokoll irgendwie einen anderen Tag auf. Die liegt jetzt hier gerade so, so, weißt du, und die wird hier gerade, ähm, 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 verarztet, so, so, weißt du, und du fragst hier irgendwie, was ist mit dir los, Alter, so, weißt du, entspann dich mal, so, weißt du, und, ähm, naja, ähm, jedenfalls, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es ist soweit trotzdem irgendwie alles gut ausgegangen. Sie hat da heute irgendwie noch so ein bisschen mit den Fersen, also im Fuß halt hier und da ein bisschen Probleme und, ähm, soweit ist aber alles gut ausgegangen. Es waren natürlich auch Glassplitter von der, äh, von der Fensterscheibe überall im Körper, die rausgezogen werden mussten, was auch nicht schön war. Krass. Bei dir auch oder nur bei ihr? Nee, bei mir nicht, also, ähm. Du bist wirklich glimpflich davon gekommen. Ich hab ein paar Tage wieder später einen Witz gemacht und, äh, gesagt so, Digga, ich bin Superman, ich bin zäher als Kaugummi, ich bin da rausgestiegen, Alter, mir ist nix passiert, gar nix. Ja, ja, also da. Ja, man muss, man muss halt auch, ähm, also aus, äh, wenn man das jetzt aus Retro-Perspektive erzählt, darf man da natürlich den Humor auch irgendwie nicht verlieren, ne, und natürlich auch dankbar dafür sein, dass es schlimm sich ausgegangen ist, so, safe. Und, ähm, ja, um dann nochmal auf meinen Kollegen zu kommen, der, äh, hinter mir war, also rechts, ähm, der wurde tatsächlich mit einem Helikopter abgeholt und, äh, nach Greifswald geflogen. Also, der lag auf dem Boden und dem ging's gar nicht gut, aber der hat sich, äh, zwei Tage später auch wieder selbst entlassen und da ist, soweit ich weiß, auch alles gut. Also, ich hatte danach nochmal ein bisschen Kontakt mit dem, aber der wird da jetzt auch, also, wie gesagt, wir hatten da wirklich Glück, ne, lange Redekurte sind unter dem, unter dem, unter dem Strich, ähm, kann man da wirklich dankbar für sein, dass man, dass man da auf jeden Fall an diesem Tag auch einen Schutzengel hatte, safe. Und, und für die, wo erste Hilfe leisten, ähm, so ein kleiner Crashkurs, die, wo am wenigsten schreien oder die, wo am leisesten sind, die brauchen die meisten, die meiste Hilfe bei solchen, bei, bei einem Unfall. Zumindest habe ich das mal gelernt, der, wo noch schreien kann, der hat noch genug Energie, aber die, wo gar nichts mehr machen, bei denen ist es erstmal am wichtigsten. Hm, ja. Ja, gut, das kann vielleicht auch, äh, zock, äh, schockzustandbedingt sein, dass der vielleicht noch so kreischen kann, so, ne, und dann vielleicht ein paar Minuten später nicht mehr, weiß ich, jetzt nicht erkennt. Ja. Schwierig. Es ist sau schwierig. Ich will, ich hoffe, ich komme nie in so eine Situation, ähm, aber wenn ich natürlich in so eine Situation käme, würde ich auch alles tun, um zu helfen. Das ist, finde ich, auch ein schönes Abschlusswort, so, zu diesem Thema. Ähm, ne, Zivilcourage, wie du es gesagt hast, das ist echt wichtig, wenn man sieht. Und, weil du es gerade sagst, ich bin auch mal, ich war mal in der Sparkasse drin, hab mir Geld abgehoben und da stand ein Auto und da war jemand drinnen und der war, der hat sich halt nicht bewegt und hat die Augen zu gehabt und war in seinem Sitz drin und ich war so hin und her gerissen. Was mache ich jetzt? Gehe ich hin und schaue mal, ob bei dem alles gut ist? Ne, man kann ja auch mal bewusstlos werden und irgendwas haben und dann bin ich echt an die Scheibe gegangen, hab mal hingeklopft und dann hat, dann ist er ein wenig aufgezuckt und hat geguckt und dann hab ich nur so Daumen hoch gemacht und dann hat er so Daumen zurück gemacht. Einfach, es war dann so für mein Gewissen, wo ich mir gesagt habe, ich kann da jetzt nicht wegfahren, ohne mal zu checken, ob bei dem alles gut ist. Und ich glaube, lieber einmal mehr, auch wenn es in dem Moment vielleicht Überwindung kostet, aber letztlich macht man ja nur was Gutes oder handelt man ja nur im besten Sinne des anderen gegenüber. Ey, voll, voll. Gehe ich voll mit so. Und ich schließe mich da wirklich nur an, Leute, wenn auf der Straße irgendwie was passiert oder wo auch immer, an welchen Orten, und ihr vielleicht das Gefühl habt, dass es den einen oder anderen vielleicht schlecht gehen könnte und oftmals täuscht das Bauchgefühl oder die Intuition halt einfach auch nicht. Dann geht halt einfach wirklich hin so. Das sind ein paar Sekunden und wenn alles cool ist, dann kann man ja immer noch weitergehen. Genau, so ist es. Und wenn alles cool ist, dann weiß man auf jeden Fall, ey, man hat was Gutes getan. Ich denke mir halt immer, ich versuche immer, jeden Menschen so zu behandeln, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Das ist absolut schöne Worte, ja. Genau. Aber auch an die Jugend oder wer auch immer das hört, macht auf jeden Fall auch euren Blödsinn. Also man sollte nicht zu sehr immer und zu extrem gucken. Macht auch euren Scheiß, lebt euer Leben. Aber einfach halt, einfach immer mit offenen Augen ein bisschen mitdenken, dass ihr vielleicht nicht halber von einem Auto überfahrt werdet wie ich. Ja, oder wie ich, dass das Segel fast in die Fresse kriegt. Aber immerhin habt ihr denn euren Enkeln und so weiter und so fort später schöne Geschichten zu erzählen. Das stimmt, oder? Das Leben war nicht so langweilig und ihr könnt sagen, ja, auch ich war ein Rolling Stone, Decker. Genau. Und ich habe diesen Podcast gehört und kann mitreden hier. Genau, das zum Beispiel auch. Also lasst uns auf jeden Fall eure, ja, Kommentare da, was habt ihr da für Storys? Haut das gerne in die Kommentarspalte. Uns interessiert das alles. Seid da nicht so schüchtern. So ist es. Seid nicht schüchtern und haut es rein. Wir wollen es lesen. Genau, genau. Wir lesen uns auch alles durch. Genau. Ist ja aktuell noch nicht so viel, aber wer weiß, es wird ja vielleicht mehr. Auch wenn es hier tausend Kommentare ist. Tommy liest sich alles durch. Nee, das teilen wir dann durch zwei, mein Freund. Jetzt kommen wieder die Folgeschäden von meinem Unfall. Ich weiß nicht, wie viel das ist. So, Manu, ey, mich hat das heute wirklich wieder richtig gefreut und ich fand es auch spannend, da so ein bisschen, ja, die eine oder andere Story von dir zu hören. Und, ja, ich glaube, das war eine ganz, ganz coole Sendung. Und, ja, Mann, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. So ist der Plan, genau. So ist der Plan und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche, mein Lieber. Und natürlich auch allen Zuhörern und, ja, Zuhörern da draußen, genau. Ich wollte Zuschauer sagen, aber... Na ja, manche gucken ja auch, ne? Ja, okay, ja, okay. Ja, vielleicht, vielleicht... Zuhörer, natürlich. Kinder, vielleicht kommen ja noch in Zukunft noch Videos, ne? Ich meine, ich nehme ja schon mit Kamera auf, aber du brauchst noch eine Kamera und dann können wir auch hier Videotalk machen. Dann sehen uns die Leute auch, wie wir hier unsere Hampelmänner vor der Kamera machen. Hey, wir gucken, wir gucken mal, genau. Wir haben da einiges noch auf der To-Do-Liste und geplant, so. So ist es. In diesem Sinne, dir auf jeden Fall eine schöne Woche, Tommi, und euch da draußen oder jeden, der zuhört, dir da draußen, auch eine schöne Woche. Und kommt sicher hier durch die Woche und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Genau, und zeigt Zivilcourage, wenn es gebraucht wird. Ja, Mann. So, genau. In diesem Sinne, Manu, bis die Tage. Jawohl, bis denne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.